Hey Leute, was geht? Ich bin's, eure Sandy. Ich herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Sandy. Und in meinem heutigen Video werden wir ein bisschen League of Legends spielen. Und ich möchte dazu noch eines sagen. Ich habe das Spiel gestern zum ersten Mal gespielt. Und Finstergröße. Deutsch. Warum? Und Sprachchat. Will ich nicht. Audio. Okay. Egal. Auf jeden Fall habe ich gestern das erste Mal gespielt und... Abwechslung war es oder so. Und gestern das erste Mal gespielt. Und heute spiele ich das zweite Mal für euch. Ich wollte es gestern schon aufnehmen, aber... Nun ja. Mit dieser Person habe ich gespielt. Und sonst sind das alles Leute, mit denen ich mal gespielt habe. Aber halt Velo und nicht League. Abgelenkt. Okay. Dann können wir noch ein bisschen einstellen, weil das ist so flaut. Weil ich kenne ja solche Spiele von Mobile Legends und Co. Wieder hat jemand abgelehnt. Okay. Okay. Die haben wir. Jinx. So. Das bin ich. Ich will jetzt mal sehen. Ich will was in die Luft jagen. Wir haben 4 Sekunden. Dann schmeiß ich mich jedes Mal raus, egal ob mit Aufnahme oder ohne. Ja, das ist mein Team. Und das ist die Gegend, die wir spielen. Ich wollte eigentlich mit Sandy rein, aber der Name war halt schon vergeben. Dann habe ich mit Skyler probiert und jetzt haben wir Skyler 2, 3, 3, 3, 3. Die werden jetzt alle viel besser sein wie ich, weil das halt erst mein, wirklich gesehen, mein zweites Spiel ist. Ich habe das gestern das erste Mal gespielt mit jemandem und jetzt ist es mein zweites Spiel. Also schauen wir mal. Und ich habe jetzt schon, wir haben jetzt gerade mal, also wir haben jetzt Ende vom November. Aber ich habe jetzt schon Adventskalender, eine Kinderüberraschung Adventskalender. Wo wir, ich werde das jetzt so machen wahrscheinlich für Weihnachten. Ich werde am Sonntag wahrscheinlich das Video hochladen. Und dann schauen wir jeden Tag, also ich mache jeden Tag eine kurze Szene, wo ich zeige, was in dieser Woche drinnen war. Und dann vielleicht noch extra Content. Aber ich bin mir noch nicht zu 100% sicher. Aber es ist eh bald Weihnachten. Wenn man so drüber nachdenkt. In drei Tagen ist halt schon der November. Also in vier Tagen eigentlich. Am Mittwoch ist der letzte November, der 30. Denn am Donnerstag ist schon der 1. Dezember. So, da sind wir. Wir können jetzt kaufen. Und wir müssen dann, wir müssen warten. Weil ich kann mich, ohja. Wir gehen jetzt oben. Ich müsste sie nicht ziehen. Ich muss sie halt nur zeigen, wo sie hingehen sollen. Okay. Wieso haben wir zwei Leute, drei Leute. Ne, zwei rechts. Und niemanden in der Mitte. Ich geh schon. Ja, ist gut jetzt. Daumen steht 1-0. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, Digga. Was ist jetzt schon wieder für ein Team? Ich hab schon gar keinen Bock mehr. Sorry Leute, aber das ist halt immer das Gleiche. Sie sehen so. Sie sind zu zweit recht. So dass sie in die Mitte gehen, wo sie sehen, dass zwei Leute sind. Das ist in Mobile Legends genau das Gleiche. Und man sieht halt auch bei mir, dass ich Anfänger bin. Die Million geht an, atttlich. DieLE Deadpool schlafen! Die Verboteze. Ähm, ich finde es sehr nass im Game, äh, was ist heuer? Ne, ich will da eigentlich nicht alleine rein, aber ich weiß nicht, wie man nach Backup fragt, das weiß ich nicht, ne? Mit der kann man rein, ist auch gut, mit der ist man schneller. Das freut mich, das wäre halt nett, wenn halt zu uns welche kommen würden, die helfen würden. Und nicht nur... Die was dann... also ich sagen sollte, ihr wisst schon, wie ich meine wahrscheinlich... Die was dann nur... Das wäre halt schon nett. Ja, vielleicht helft ihr mal, dass ihr euch da... Digga, zu dritt da oben. Seht ihr das? Das ist die Map. Seht ihr das? Die kämpfen gegen Dinger, die was keinen interessieren. Es steht 3-2. Aber das Ding ist halt, wie gesagt, das ist halt eines meiner ersten Spiele. Und das Ding ist halt, es wäre halt mal nett, wenn das Team einfach mal da unten zu dritt zu campen, mal helfen würde. Weil das bringt absolut in dem Game nichts, wenn es ein Teamspiel ist. Nein, wirklich. Schreien bringt dir gar nichts. Na schon. Da ist er schon wieder, sehr gut. Ja, Digga, hallo, Leute. Team! Hallel! USP for Option. Ah, kaufen. Kaufen. Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Ich hab kein Geld. Ich hab keine Rückgabe. Oh, ich mach Geld. Beim Nichtstun. Oh, okay. Das kann ich kaufen. Wieso geht ihr jedes Mal? Mein Gott. Routes 22. Wieso kämpfe gegen die? Die sind doch eh egal. Mein Gott. Es sind Mobile Legends. Es sind schlechte und dann gibt's immer wieder Menschen, die übersteht, dass sie helfen. Bleib stehen. Wieso? Bleib doch einfach stehen. Mein Gott. Guck. Kann ich das nicht kaufen? Kann ich das nicht kaufen? Ich freu mich. Ich weiß noch nicht. Ja, was soll ich machen? Was zur Hölle soll ich machen, Team? Ich zeig euch jetzt mal den Rückruf. Ich weiss. Bin ich da. So, kann ich dir irgendwas kaufen, was ich brauche? Ich geh zurück. Ich hab kein Geld. Gut geben. Häufig gekauft. Ich hab kein Geld gegen das Kaufen. Kaufen. Kann ich sonst irgendwas kaufen? Gar nicht, doch, ich kann ein Kontrollauge kaufen. Was bringt mir das? Ich kann euch die nutzen? Statt 4-4. Renn schneller. Renn schneller. Renn, 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 renn. Mein Gott. Es gibt doch auch wie so in Mobile Legends irgendwas ist rückruf. Ich glaube T, oder? Nein, T ist daumen hoch G. Okay, ER ist was anderes. Es ist nicht einfach nach hause, einfach zurück gehen. Gibt es doch auch irgendeinen Knopf? Ach egal. Ach egal. Wie gesagt, es werden sich alle, einige von euch ansinnen und sagen, oh mein Gott, bist du schlecht. Ja, ich bin schlecht. Aber zu meiner Schafe gegangen, das ist... Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann mich nicht mehr verlieren. Verbunden, Verbündete, getötet. Was, wenn ich eine Waffe hätte? Die Waffe schießt. Ich kann nicht alle Gegenstände, Spielbeginn-Standard episch, kaufen. Bewegen wir uns. Ach, komm schon. Was soll schon schief gehen? Alles. Aber es sind halt auch zwei Mädels. Seht ihr das nicht? Da kann man nicht rüber. Ich geh jetzt runter. Nicht aufzuhalten. Geh nach unten. Aufzuhalten. Ich bin falsch alleine. Ich komm schon. Grund zur... Halt mich! Mann, warum haben meine Abilities denn geblockt, hm? Das ist mir relativ egal, 6,9, 45 FPS, 50 FPS, hm, schneller, schneller. Was ist mit ihm, wir sehen uns wie soll, jetzt gehen wir nach unten, nach unten, hm, 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 creatively, entwickle auch gleiche, nicht eine Chance, wo wir wünschen, wirklich aus dem Lanim. Wir wollen jetzt auch noch machen, bis wir wissen, технолог starten, stafig wieĩ, und immer wieder zurückzukommen nach unten bis 25 über 20.30 Uhr, nach unten Ich weiß nicht, wie sie sich blitzen, aber das ist mir gut, oder? Ich komme schon. Wirklich. Danke, 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 danke an das Spiel. Du hältst. Du hältst zwei Kaufen, ich brauche eine Ladung, mein Leben. Ich platziere einen Kontrollhausen, wie du es umgeben, ein Mitglied bewegt sich einfach. Sie ist weg, sie ist jetzt weg. Okay, Entschuldigung. Ich gehe jetzt nach oben. Ich gehe jetzt nach oben. Ich gehe jetzt nach oben. Oh, du bist nicht. Oh. Das war's für heute. Sie gehen halt wieder und statt 11 13 müssen sie dann wahrscheinlich wieder holen. Das war's für heute. Das wäre nett, wenn das so gut geht. Mach schnell. Oh dear, oh dear, oh dear, oh dear. Ich geh da jetzt hin, weil ich möcht's eigentlich nicht abdecken alleine. Schön für mich. Ist doch egal, dass sie herkommt, mein Gott. Ja, ist mir klar. Ich lass jetzt hier. Natürlich, ich geb euch alle meine Abilities. Ich hau euch halb tot. Aber nein, nein. Das hasse ich in meinem Spiel, das hasse ich in meinem Spiel. Das Team macht halt gar nichts. Das Team ist halt irgendwo da. Oder da. Aber dass wir gleich tot sind, das merken die nicht, weil... Jolo. Okay, er trifft da gegen jemanden. Also, das macht schon mal. Ach, ich hab's nicht jetzt hier. Was macht er? Er hat fast voll HP. Wieso geht er? Du hast volles HP. Wieso geht er jetzt wieder zurück? Ich versteh auch noch. Ich will auch was nichts volles tun. Er rennt davon. Das heißt, wir rennen hier umher her. Das heißt, wir rennen hier umher her. Und da durch rennen. Das ist mehr, ne? Wieso kommt der Gegenteil? Nein. Vielleicht hab ich nicht einstürzt, ob das kommt. Das heißt, wir sind die Schreibe zwischen den Kniegeln. Das ist klar, wo das losgeht. Wieso kommt der Kniegeln? Nein, der Kniegeln. Sobald nicht. Die Schreibe zwischen den Kniegeln ist. Nein, das ist kein Ding. Ich verstehe es auch nicht, es ist halt ein Lüge. Ich gebe ihr Lüge die Lüge, meine Felicis, und sie stirbt da einfach nicht. 30 Sekunden, Lüge. Das ist halt so ein schwarzer Müll. Ist sie AFK? Oder was? Ja, sie, oder wer auch immer. Warum? Was zur Hölle machst du? Schaden insgesamt. 190 Schadenstile, Schadenstile. Zum Aufkloppen einklicken. Okay. Ich komme schon. Der Gegner... Oh, der. Wir sind am Ende. Wer kennt da hinten? Das ist so ne Franschen. Das ist so ne Lüge. Das Game ist so scheiße. Digga, ich gebe... Ich bin das halbemal. Aber, digga, ich gebe ihm halt. Ich hitze mit diesen Teilen. Was ist der Sinn dahinter, wenn ich mich erstens durchgehen bewege, wenn ich das mache? Also, ganz ehrlich, ich spiele, das ist der Sinn dahinter. Wir verlieren anyways. Schau mal, was wir noch Türme vor uns haben. Wir haben halt... Bro, bei uns muss er halt einmal den Turm besiegen. Und dann kommt er zur Basis. Und dann was? In Level 9. Sehe ich die Level von denen auch? Level 6. Wieso zur Hölle bin ich Level 9? Ich habe gestern einmal gespielt und bin schon Level 9? Ist egal. Ich würde besterben, oder? Ich bin davon. Seht ihr das? Ist das Game? Das weiß ich nicht. Das ist so ne Verarschung. Ich finde das Game nicht. Das ist halt so ne Verarschung von dem Game. Ich verstehe es nicht. Ja, das war es dann komplett. Das war mir heute noch mal 4 Sekunden. Wir werden so das aufgelenken. Wie sich die ganze RAFK gemacht hat. Hallo, seid ihr so... Seht ihr das nicht? Jesus, seht ihr das nicht? Bitte. Oh mein Gott, ich weine gleich. Ich stehe nicht mit dem Schiff. Ja und? Wir sind bald tot, wenn es so weitergeht. Mitte. Du machst das Schiff. Du machst das. Ähm, beweg die. Hallo. Mein Gott, das ist so, was ich hier im Spiel nicht mag. Beweg die schneller. Mein Gott, was ist das? Okay. Nein, 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 nein. Hilfe. Hilfe. Was ist mit euch? Okay, hi, hi, hi. Ich bin einfach der Trügernehmer. Gar nichts. So wie immer. Das ist ganz bitterlös. Sie kämpfen halt. Okay, jetzt nicht mehr. Vor allem. Irgendwo. Irgendwo. Das ist mein Irr. Wie zum Ende. Geh, gebraucht sich. Welchen zu holen? Sich entfernt. Da oben ist jemand. Ich hab immer was. Hell HP. Ich hab's mitgebracht. Aber das ist alles gut. Das ist ein bisschen komisch. Schmutzgeheim, Schmutzgeheim. So, er ist jetzt hier, er wird sterben, außer er ist schade. Und im Tower ist einer, der die ganze Ramayef Kane ist. Also auf und zum Hacken Fähigkeiten, Schwerzauber, Beschwererzauber, Schmuck, Video, Stärke, Spiel, Maustempo, Spielehänden, Aufgeben, Aufgeben. 2224. Er ist mir bewusst. Es ist mir klar, dass der zerstört wird. Ich will gar nicht. Du cheatest. Wirst du mir sagen? Wirst du mir sagen, ich habe mich geheilt und ich bekomme... Ich spiele seine Farschen, ich lösche, ich spiele direkt. Danke, 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 danke. Besser ist es. Ich spiele hier sehr viel Mal bei Legends. In Hobbit Legends ist es halt so viel Antifach. Da swipest du halt ganz schnell und dann machst du da 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 und dann bist du fertig. Und das ist halt mit diesem ganzen Maustrum nicht so. Ist halt ein bisschen... Nein, nicht schwierig, aber halt ein bisschen... Bescheidener. Das steht 22 zu 25. Wenn du ummaust, schaust dich, mich krampig und bliebe. Wenn du die zerstörer bistbreadst, das ist halt ehrlich. Wie claw sich die Möglichkeit und erforscht auch richtig schlecht. Auch wenn dich überrascht ja um die Unterschied. Wir können es eigentlich direkt belassen, weil, kann man da auch was zu wundern? Kann man das geben, kann man das machen. Damit ihr den Gegner nicht mehr verhindert. So, wenn man das weiter räumt, würde man das einfach einen Schluck geben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Teammitglied. Das. Ich gebe ihr einen Bande. Okay. Weiter. Da seht ihr mich. Ich habe erzielte Kills. Oh, ich habe 16. Nein. Kills, Deaths ist es. Also nur Kills, 16. Und 2 ist es 207 Minuten. Oder wie wird... Kills, Deaths, Assist, oder? Jetzt wird das so gerechnet. Oder ist es hier anders? Und hinzufügen. Strafe erteilt. Strafe erteilt. Strafe erteilt. Erste Schritte. Belohnung ansehen. Okay. Na ja, auf jeden Fall, Leute. Ich hoffe euch, auf jeden Fall hat euch das Video gefallen. Ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kurz uns den Kanal legt, die Glocke und kein Video mehr zu verlassen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, dass ich mehr, dass ich richtig gut in dem Spiel rede. Und wie dann ein besseres Let's Play rauskommt. Und ja. Ähm. Vielleicht spiele ich heute wieder mit meinen anderen. Schauen wir mal, ob das aufgenommen wird. Auf jeden Fall, bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020